So, ihr lieben Streusche. Ach Gott, war so Faden. Der war scheiße. Ja, da kannst du wirklich gar nix sagen. Schlechter Navigierer und eine schlechere Selfiestickheit. Wenn du da mal ausschwitzen kannst, hier ist Navigator. Du bist so alt. Navigierer hast du gesagt. Alter, wir sind so ein Video hundertprozentig. Ich habe niemals Navigierer gesagt. Und wir sind heute wieder am Meerring. Und ja, wo ist mein Fahrrad? Wie man gerade gesehen hat im Intro, habe ich mich brutal zerlegt. Mir ist der Lenker durchgebrochen. Dennoch konnte ich so ein, zwei Abfahrten machen. Und die Boys haben noch ein bisschen länger die Trails hier zerstört. Und war auf jeden Fall eine geile Session heute trotzdem. Auch wenn ich mich zerlegt habe. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem Video. So, zweite Abfahrt. Warm-up. Bikes mehr. Vielen Dank, Jörg. Sache Gottes. Das war's. Wooo. Na ab! Bikepark Mehring, die zweite. Terminera ist am Start. Ey, das dort darf ich mit nochmal. Komplett vergesst, wie weit der ist. Und er sendet ihn. Oh, ein leichter Case. Nach der letzten Pre-Ride Session konnte ich die Enduroline im Rahmen meiner Möglichkeiten wirklich schnell fahren. Einmal die Autos, die weiter geht. Hier liegt ein Parken, der gerade die Rundf, die ich mit dem aningenommen ist. Wie gut war das? Und in der Reihe hat es denber Satz. Wie gut war das so, was ich mit einer Marianne machte aus? Wann, was ich mit der Nasein aufgelegt? Ja, ich habe, dass die Seite aus. Wann ist das Session? Ich bin Libertad. Das war's. Das nächste Ziel für mich waren die Doubles auf dem Moshtrain. Das nächste Ziel für mich war's. Das Highlight des Tages für mich war definitiv die Abfahrt durch den Dschungeltrail. Holy Moly! Lebe ich noch? Bin ich gerade gestorben? Sturzsohle! Ein solcher Sturz kann erstmal einen Schock verursachen und ich konnte nicht direkt aufstehen, deshalb habe ich erstmal laut gerufen, um auf mich aufmerksam zu machen. Zum Glück ist mir nichts passiert, ich fahre aber auch immer mit Protektorenjacke und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Mein Lenker. Mir gehts gut, meinem Rad nett. Nach dem Sturz hat es mir komplett den Lenker durchgebrochen. Allerdings, da kann ich echt froh sein, dass mir nichts passiert ist. Ich fahre keine Carbon Lenker mehr. Jetzt haben wir ein Elbow. Ja, hier. Trotz Protektorenweste. Ja, also hart auf jeden Fall mit Protektoren. Hätte ich die nicht angehabt, hätte ich mir wahrscheinlich den Arm gebrochen oder sowas. Auf jeden Fall nützlich. Wie Schäfchen ohne Hürde ging es dann für die Jungs ohne mich auf den Blecklein. Fahre du mir vor. Ich fahre vor. Okay. Dann sieht noch was. So, Kevin setzt aus. Wir schauen uns mal die Blecklein an. Und da wird es. aus meinem sturz bin ich leider raus war das kaputt ist gott sei dank noch ganz jetzt habe ich mich hier so ein bisschen als filmknecht bereitgestellt ein paar coole sprünge machen hier ich habe noch gar nicht gesehen aber ich bin mal gespannt schauen wir uns jetzt kommt marco dem maniac wird er das double senden er kommt mit ordentlich speed er macht es nicht zu langsam also ich weiß nicht ich erwarte von denen nicht viel aber das hier ist einfach nichts als enttäuschung ich bin einfach nur enttäuscht ich bin einfach nur enttäuscht von euch ich hätte jetzt hier ein bisschen action erwartet also richtig pumpen also das hier ist wirklich nichts so so wird das nichts hier mit der karriere so da kommt er marco der grüne blitz aus kono agakura und er sendet war schon ein case ja aber und josh kommt unter leistungsdruck wird er es schaffen das war ein geiler sprung das war kein case oder nee alter brutal der war fett der hat siehst geil das war bestimmt brutal die airtime oder ja das war richtig ich ticke jetzt nicht ich ticke jetzt nicht so ab wenn ich in der lügelade alter der was du warst abgezogen ohne ende du warst ja richtig schlecht kannst du das gleich mal angugeln wow 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 So, Sense. Also, wenn ihr immer noch dran seid, dann heißt das, ihr habt Spaß dabei, scheiß Mountainbikern zuzuschauen, die trotzdem Spaß dabei haben. Das heißt, ihr könnt diesen Kanal gerne abonnieren und kein weiteres Video von unseren Stürzen verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao!